yo was geht ab leute das hier ist die letzte fahrt im drecksgolf ich habe auch heute gar nichts gegessen haben 16 uhr wir haben schon 16 20 fast halb fünf ich hab noch nichts gegessen muss gleich nach hause essen gehen ich bin auch den ganzen tag unterwegs wegen dem neuen content man konnte der konnte der content war irgendwann war rast du mal nicht so was rast du hier schneidet der mich ich glaube es ja nicht damals habe ich schon so gemerkt okay ja lange kann man das nicht durchziehen da ging es noch okay ich hatte so noch viele ideen im kopf ich habe ja auch sehr viel gebracht wir haben über 20 fahrzeuge zerstört auf verschiedenste art und weise wir haben alles auseinander genommen aber irgendwann mal geht es nicht was soll ich noch machen soll ich jetzt autos nehmen und zum mars schießen halt damit ihren mask zusammen jungen und dann auf maß explodieren lassen es geht nicht